Giovanni Zarella hat sich bei The Voice ganz schön unbeliebt gemacht. Die Fans der Show sind nicht gut, auf ihn zu sprechen. In den sozialen Medien machen die Fans ihrem Ärger Luft. Auf X, ehemals Twitter, lassen sich Kommentare wie diese finden. Er geht mir echt auf die Nerven. Ich finde ihn unfassbar anstrengend. Zarella hat eine sehr unangenehme, dominante Art. Wie Giovanni sich immer in den Vordergrund drängt und in alles reinquatscht. Für einen weiteren User ist das diesjährige The Voice schon eher die Giovanni Zarella Show 2.0. Die Tatsache, dass er sich nicht an die Spielregeln hält, lässt sein Ansehen bei den Zuschauenden noch mehr sinken. So sang Giovanni Zarella mit einem Teilnehmer, obwohl ihn Ronin Keating bereits blockiert hatte. In diesem Fall ist der Juror aus der Kampfrunde um das Talent raus. Ob der Entertainer es schafft, die Zuschauenden noch von sich zu überzeugen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017